ungerecht viele ruheständler bekommen ihre rentenerhöhung 2024 erst später ausgezahlt mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24 de meine damen und herren ich habe eine e mail anfrage bekommen zum thema rentenerhöhung 2024 sinngemäß ging es darum dass der ruheständler sich dort ein wenig aufgeregt hat und gesagt hat wie kann es eigentlich sein dass ich meine rentenerhöhung erst am 31 7 2024 bekomme und die anderen bekommen ihre rentenerhöhung schon ende juni 2024 für den juli 2024 ausgezahlt ja meine damen und herren das ist relativ einfach zu erklären ich habe es ja schon in einigen videobeiträgen und auch in textbeiträgen auf rentenbescheid24 de dargelegt es geht immer um die fälligkeit der rentenzahlung wir haben bis 2009 10 war der hauptteil der renten die gezahlt wurden sind sogenannte vorschüssige renten das heißt also für den monat juli 2024 die rente wird am letzten bank arbeitstag im monat juni 2024 gezahlt bis 2009 10 war das verhältnis immer noch so dass wir mehr vorschüssige renten haben nach 2009 10 kippte dieses verhältnis und wir haben jetzt mehr nachschüssige rentenzahlung und das wird auch immer mehr bis wir irgendwann mal nur noch menschen haben oder ruheständler haben oder rentnerinnen und rentner haben die dann eine nachschüssige rente bekommen und zwar bedeutet nachschüssige rente die rente wird für den laufenden monat juli erst ende juli 2024 ausgezahlt das heißt also dass die rentenerhöhungen für diejenigen die noch vorschüssig ihre rente bekommen für den für den monat juli als vorschüssige rente schon im juni gezahlt werden ende juni und zwar mit dem erhöhten rentenwert 39 euro 32 und diejenigen die ihre rente nachschüssig ausgezahlt bekommen die müssen einfach warten bis zum 31 juli 2024 und dann erhalten sie auch ihre höhere rente ausgezahlt unabhängig davon ob sie schon ihre renten anpassungsbescheide bekommen haben oder auch nicht die fälligkeit der rentenzahlung ist ganz eindeutig gesetzlich festgelegt und ist nicht davon abhängig dass sie zum ersten juli 2024 eine höhere rente bekommen stellen sie sich mal vor die rentenversicherung müsste wenn wir sagen würden dass ab ersten juli die höhere rente also dieser wert der höheren rente ausgezahlt wird noch mal eine extra berechnung machen und dann diesen rentenzahlbetrag für alle extra im juli auszahlen das würde nicht funktionieren da würde die rentenversicherung riesige probleme kriegen und auch es werden berge an papier gedruckt die dann letzten endes nutzlos sind also deshalb wissen sie auch viele ruheständler bekommen ihr geld erst später also die höhere rente erst später aber einige von ihnen bekommen sie auch schon ende juni 2024 bezahlt und zwar am 28 juni 2024 also meine damen und herren ich finde das ist nicht ungerecht das ist einfach gesetzliche regelung und wir müssen uns einfach auch ein bisschen an die gesetzlichen regelungen halten damit wir klarheit und ordnung im system haben und unsere wichtige rentenversicherung hier nicht schaden erleidet und sie auch näher zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine super rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel